Mein Name ist Omar Scharaf und ich koordiniere von Heidelberg aus das Schulprojekt in meiner Heimatstadt Erbin, das von Medico International seit August 2013 finanziell unterstützt wird. An dieser Stelle wollten wir eigentlich ein Video von den Schulen in Erbin zeigen, aber leider ist das zurzeit nicht möglich, weil im Norden der Stadt heftig gekämpft wird und die Schulen dementsprechend bombenfrei haben. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind vom vergangenen Schuljahr. Nach einer Unterbrechung des Schulbetriebes vor einem Jahr finanzierte Medico seit 2013 mehrere Schulen Erbin. Im aktuellen Schuljahr 2015-2016 plant Medico die Unterstützung von sechs Schulen mit knapp 2400 Schüler und Schülerinnen und etwa 180 Lehrkräften. Die Lehrkräfte arbeiten selbstlos und bekommen wenig an finanzieller Vergütung. Trotzdem sind sie sehr engagiert und sehen es als ihre Aufgabe an, dass der Schulbetrieb weitergeht. Aufgrund der Sicherheitslage wurden die Schulen im Kellerräumen untergebracht. Es ist klar, dass diese Schulen nicht nach internationalen Standards arbeiten, aber der Schulunterricht sorgt dafür, dass die Kinder einen einigermaßen geregelten Alltag haben und nicht zu Kindersoldaten werden. Die Stadt Erbin liegt nur sechs Kilometer nördöstlich von Damaskus und gilt als eine Hochburg der Opposition gegen das Assad-Regime. Seit Anfang 2012 ist Erbin umkämpft. Die Stadt wird fast täglich aus der Luft und aus den umliegenden Kasernen bombardiert. Bis jetzt zählte man mehr als 1500 Tote und etwa 8000 Verletzte in der Stadt. Viele Bewohner haben die Stadt verlassen. Es wird geschätzt, dass die Hälfte der Häuser in Erbin nicht mehr bewohnbar ist. Die Versorgung der Bevölkerung ist sehr schwierig. Das Regime lässt weder Lebensmitteln noch Treibstoff in die Stadt. Strom, Wasser und Telekommunikation gibt es auch nicht. Eingesicht der hohen Zahlen an syrischen Flüchtlingen, die jeden Tag in Deutschland und sonst wo in Europa kommen, darf man nicht vergessen, dass mehrere Millionen Syrer und Syrerinnen mit ihren Kindern immer noch in Syrien festsitzen und das Land nicht verlassen können oder wollen. Diese Menschen muss man dort unterstützen. Das Wichtigste nach der Versorgung mit Lebensmitteln ist, dass man die Schulen weiter aufbaut bzw. die Schulbildung weiterführt. Es gibt Millionen von Kindern in Syrien, deren Zukunft und ideologische Orientierung davon abhängt, ob man sie ausbildet oder sie den radikalen Strömungen in der Region überlässt. Der Beginn des neuen Schuljahres ist aufgrund der Bombardierung auf Oktober verschoben worden. Dann brauchen Kinder und Lehrer Unterstützung. Bereit mit einer kleinen Spende können sie dazu beitragen, dass Hefte und Stifte gekauft werden können, dass die Lehrer eine Aufwandsentschädigung erhalten und dass die Kellerräume beheizt werden. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017